hallo freunde des youtube sports willkommen zurück hier auf australien auf der geilen schönen sonnigen strecke mit dabei der liebe kamelow heute zum kurzen quali verein das ist hoffentlich ganz ja das lasst mich doch raus mensch ja gleichzeitig ja okay habt ihr das jetzt gesehen dann hier war eigentlich vor mir draußen und auf einmal ist er hinter mir also was für ein bug ist das denn ja es ist sehr interessant gerade will ich nur mal hoffen dass der virus da vorne keine scheiße macht ja will ich auch hoffen der böse virus diese kurve die hasse ich wie die pest ich finde das gar nicht so schlimm hier das finde ich viel schlimmer dass man hier nicht so aber das ist ja gott sei denn nur die rausfahrrunde wie ihr sehen könnt wir haben auch nicht wirklich viel benzin deswegen muss das in zwei runden sitzen weil wir hatten das nämlich eben schon mal dass uns das benzin ausgegangen ist keine ahnung was du anders fährst aber weiß ich auch nicht da wollte er jetzt aber überhaupt nicht rum wo ich gerade ein ruckler ist zum kotzen haben wir dann weg bitte jetzt nicht beim qualifieren das finde ich gut wir haben es auch abwegend zu spät gebremst wo was machst du denn hier ich fahr halt nicht so wie du ja weil du so rüber geflippt ist von der dings hoffentlich hat uns das jetzt nichts versaut treibstoff niedrig hier geht das benzin aus du musst innerhalb von zwei runden an die box treibstoff niedrig innerhalb der zwei runden an die box sagen das was auch gerade gehabt aber noch nicht aber ich weiß das schon ich denke gerade hauptsache eine gute runde noch ich komme ach nee komm ich bremse scheiß da und drauf hauptsache wir sind erster und zweiter oder so zieh rum könnte mega ärgerlich werden jetzt hauptsache er fährt geradeaus ich dachte er wendet auch mann ich werde ich den kontroller ist ja noch nicht zu ende was habe ich jetzt verkackt denke ich habe noch weiter ja ich versuche dass ich nur eine runde schaffe er kommt aber auch nicht rum dass lenkeinschlag ist sie wie man schlimm schlimm nach genau jetzt wird sie sich durchdrehen oder arbeit und dann ziehen für 84 für 0,84 gucken wir wie das noch schafft über die ziehlinie wäre gut aber langsam fahren wir haben auch jede menge dreck unter den winterreifen winterreifen hat er jetzt nicht gesagt unser benzin reicht nicht für eine weitere runde ja ich will ja hier nach nicht noch eine fahren ich will ja nur die zu ende fahren danke dass ihr in die box fahrt box ist doch bestätigt du kannst am ende dieser runde reinkommen dann haben wir hier nochmal eben einen raus und dann ist gut ja und jetzt geben das benzin aus tut mir leid jetzt dauert es nämlich noch jetzt ist dann eben noch kurz warten bis der camillo zurück in die box gebrochen ist ja das hat aber auch nur auf dem grund gemacht er wollte unbedingt noch eine bessere zeit haben die drecksau ja und ich hatte halt noch benzin also habe ich es gemacht hättest du auch wenn du nicht gerade ausgefahren wärst siehst du jetzt habe ich auch kein benzin mehr jetzt aber wir direkt kurz vor der boxe gaste und das ist toll ja egal hauptsache die zeit noch gekriegt der benzin reicht nicht für eine weitere runde der tank ist leer ansonsten schönes wetter heute passt jetzt sind wir natürlich eine runde mehr gefahren wie die anderen das heißt die reifen gehen auch eine runde eher schlapp bei uns ich hoffe das geht noch in ordnung dann na ich weiß ja nicht wie sehr du dich da eben verbrenzt beim geradeaus fahren da noch was zugezogen hast oder so jetzt krebs ich hier mit 75 kmh rum boxenstaub ja darf ich hier wohl dann abkürzen ich glaube nicht lieber nicht sonst versorge ich mir noch mal hin oh ricciardo ist dritter mal kein mercedes wieso kann großgenre an mir vorbei heizen der hat auch kein benzin mehr verbleibende zeit 4 minuten 45 sind nur 5 von 20 auf der strecke na guck einer an Camino platzierung 3 steht bei mir runden 3 platzierung 3 weil ich bin auf 1 deswegen ja bei mir steht da 3 zeiten dann gehe ich mal hier rüber 1 27 virus 28 jawoll also ich habe mich unter 1 30 platziert was willst du mehr ja jo solltest du ja auch ne 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 so ich war mal nochmal ok das kann noch ein bisschen dauern ich kann mal auf übersicht bis der im ziel ist jo in den letzten kurven sektor 3 bin ich schon mal ja waren aber auch nur wieder 5 hundertstel wenn man so will die uns trennen also krass eine Minute 28,5 eine ganz eine halbe sekunde lalali die anderen fangen ganz langsam an mir vorbei dass sie noch benzin haben ja gut die sind später rausgekommen wahrscheinlich ich versau dem jetzt ihren runden auch ne tut mir leid jungs auweia disqualifizierte Camino wofür denn ich mache ja nichts unerlaubtes ja du versaust anderen den runde und das auch schon nicht ja 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 wir sind ja jetzt erst auf ihrer schnellen runde von daher habe ich denen ja nichts versaut gleich hinter der boxengasse dann hat das endlich hinter sich genau dann gucken wir mal auf die zwischenstände wir warten ja eh bis das qualifien zu ende ist von daher alles gut drei minuten und acht guck mal ich hatte genau den passenden speed für den limiter dadurch dass ich in die box rollen musste ok ja wird mir nicht angezeigt aber ok und da stehe ich ja die reifen werfen schon leichte blasen das heißt keine runde gefahren nein nein geht nicht ich schaue gerade mal den max verstatten zu platzierung vier steht ja angeblich warte mal stimmt das denn oh was oh der ist aber gut ne stimmt nicht ne der ricardo ist dritter sergio perez ist vierter wow das sergio rechne mit etwas regen in ungefähr 10 bis 15 gut aber lass mich raten die mclaren sind auch keine zeit gefahren louis hamilton nein potters wahrscheinlich auch noch nicht yep richtig siehste mal und die werden sich dann gleich noch wieder eine super zeit holen glaub mal wenn ich die jungs kenne ich wollte schon wieder was sagen aber die müssen jetzt auch mal raus sonst haben sie Arschkarte stroll ist noch nichts gefahren master ist noch nichts gefahren messverstappen noch nicht hamilton noch nicht sein wow wow alter viel verkehr 14 von 20 wagen 15 16 von 20 drauf 17 mittlerweile 18 ja wir wir zwei sind die einzigsten die jetzt drinnen sind ja ist ja auch gut weil äh guck mal wie voll das jetzt ist wem guck ich denn jetzt zu ich guck gerade verstappen zu wie er jemanden überholt ich guck mal dem hamilton zu ja der verstappen der affe der hat sich sein vorsichter fahrrad abgefahren weil er jemanden voll in die karre reingesammelt ist ach was ah geil der so der ja aber er hat sich platziert aber mit 1 29 auf platz 3 oh hat er doch noch geschafft ey manfred ey oh beiden äh die beiden red bull hinter uns aber wie gesagt Hamilton fährt grad noch Hamilton ist jetzt gerade aus seiner schnellsten Runde ich guck grad den Bottas zu ja ich dem Hamilton dann passt das doch mal gucken was das geht letzte Minute bricht an aber guck dir mal die Quali die Grafik an Alter so beim Zuschauer ja herrlich ey naja er hat Pech weil er jetzt den Stroll oder den Massa vor sich hat jetzt kann er natürlich nicht so schnell fahren wie er gerne wollen würde ist gut für uns und gut für die red bull der hängt voll hinter dem fest Hüftbecker und Wehrlein 14 15 ach schade den hätte ich doch gegönnt dass sie sich mal weiter oben einreihen Bottas hat es auf dem 5. geschafft schöne Sache na pass mal auf jetzt kommt gleich Hamilton der kommt nicht weit wie gesagt der hat immer noch den Martini äh Dings vor sich ach wie heißt die Marke nochmal wo hab ich den Hamilton denn hier da ist er doch der hängt immer noch hinter dem fest Williams ah jetzt habe ich es wieder hinter dem Williams fest das wird keine gute Zeit für den Hamilton oh was er konnte die Runde noch nicht mal zu Ende fahren doch wow was Hamilton 2 was ah das zählte doch noch ok ach da musste sich natürlich wieder mein kleiner Lieblingsfreund wieder dazwischen quetschen hier seht ihr das Ergebnis wie folgt ne ja einmal Ferrari Mercedes dann nochmal Ferrari dann zweimal Red Bull und dann der letzte Mercedes und dann die beiden Force India die waren gut alter Schwede ja Freunde wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht dann sehen wir uns zum nächsten Renn-Tag oder Kamelo ach das seht ihr wenn das nicht angeht alles klar bis morgen oder bis später ja bis morgen tschüss 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 tschüss